Herzlich Willkommen und Freunde zusammen mit Conny, Leon, Lexi, Monti, Lukas, Simon und ähm, Gott wie heißt er denn jetzt nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Namen komplett vergessen. Ähhhh, mir. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, ne? Warum? Okay. Will ich jetzt bloß kurz wissen, ähm, keiner von euch hatte irgendwie Schlüsse oder sonst irgendwas, ne? Ne. Was? Warum? Ja, dann ist der Tanker gerade hochgelaufen, hat sich da dran gestellt und wollte... Reicht mir, dass die Gründung. Die Gründung ist raus. Hä, aber ihr habt andere Tasks. Nein, ne, okay, dann ist es doch jetzt. Ja, ne, ich hab die andere Tasks. Ja, ne, ich hab die andere Tasks. Ja, ne, ich hab die andere Tasks. Ich hab's nicht übernehmen lassen. True. Man lucky, Leon. Ja, aber ich glaub nicht, dass du willst. Ich glaub auch nicht, dass du willst. Ich glaub auch nicht, dass du willst. Ich will jetzt Rage quitten. Ja, ne, 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 ne. Wer einer von euch Hunden voted mich noch nicht? Ich glaub, es ist Lukas. Ich auch. Komm, kümmere mit ihm. Sehen wir dann das, ob er es war. Ne, ne, ne. Wir haben auch 50-50 Dinge immer beide rausworten. Oh, man sieht's. Oh, jetzt. Oh, sorry, ich, 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 ich stell's aus. Ja, es gibt zwei Impostas. Oh, die haben wir gemacht mehr. Ja, wie so liebste. Alles retardet ist. Jeder hat andere. Nein, aber nicht. Aber manche... Nein, nicht jeder hat Schlüssel. Das ist ein Kommentar. Das ist ein Kommentar. Ja, pass auf, das sind Kommentar. Oha. Ist er weg? Ja, er ist weg. Ach. Ach. Oh, ey. Ich hab hier nichts. Also das... Aber das war... Weißt du nicht. Hä? Mal gesagt, so insgesamt. Mal erklärt schon mal sowas. Richtig schon. Ist egal. Sie wusste jetzt nicht, dass das passiert, ne? Tut mir leid. Ich würde ihn jetzt nicht rausmachen. Mach voll zu. Ne, ich weiß. Also ey, was denn die? Dabei geht's jetzt generell. Also, die? Es ruckelt irgendwie. Ey, ruckelt das Spiel bei euch auch ein bisschen? Ne. Also wenn das Spiel bei der Rucke dann würde ich mir sagen. Ne, auf einmal irgendwie. Ich weiß nicht warum. Was muss ich bei so Blätter machen? Ne, raus machen. Ausziehen. Schlepp von Liam, der geht Penn, der ist hier bis morgen früh. Eieiei. Wisst ihr, was das heißt? Danach müssen wir eine neue Logie aufmachen. Ach nee. Also, ich sag was ist. Ich geh nach unten zu... Oh, wir müssen aufpassen, was wir... Wenn wir über Vieh will reden, ne? Warum? Nein, ich höre euch nicht. Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Nein, so meinte ich das nicht. Bei Phoebe und Phoebe. Ach so. Ach so. Okay, sag mal. Wir warten gerade so. Ich war bei den Kameras. Ich war mit Siemer da in der Schleuse. Also, rechts da... Genau, wir sind von Labor über Spezmen rum. Jetzt zu äh... Weitungsregern. Okay, dann muss es Phoebe sein. Warte, warte, warte. Okay, wo war der Rest von euch? Okay, pass auf. Es ist entweder Moritz oder Phoebe. Ich war... Pass auf. Äh, Lukas, du hast mich gesehen, glaube ich. Du hast da so einen Tank aufgefüllt. Also, dieses Ding da mit dem Rad. Ne? Was hast du gemacht? Und ich bin in dem gleichen Raum gewesen. Und hab ne neue Task gemacht, die es davon noch nicht gab. Zwar waren dann so zwei Wasserbecher. Und musste es da in der Mitte draufdrücken. Damit es dem einen Wasserbecher in den anderen geht. Das ist nicht geil. Das hatte ich noch nie. Also, das ist das erste, was ich das hab. Und jetzt bin ich in diese Luft... Also, hier Luftschächer da. Nee, nicht Luftschächer, sondern... Räume, Räume mit diesem Lüftungsdings da. Conny, wer war mit dir da unten und war beim Steuerrad? Lukas. Ja, dann bin ich doch mit Lukas schon nach rechts gegangen. Ja, Lukas, du bist gewirrt wahrscheinlich. Oh, shit. Ja, ja. Ich hab eigentlich nur ja gesagt. Okay. Also, hast du mit Moritz jetzt gesagt? Also, Moritz... Also, Moritz... Also, Moritz... ... war in den Camps. Also, Phoebe ist sehr suspekt, wollt ihr damit sagen. Also, Moritz dachte, er ist direkt mit Lukas, aber Michael... Wo ist denn die Leiche? Unten, äh... Da bei O2... Und zwar dieses Rechtes Trash rausmachen. Weil beim Bau und so... Das war dieser... Der Mittelweg da. Ah, ja. Da beim Müll rausbringen. Ich geh nach unten, seh einen Satz fälsch machen. Geh in O2 rein, diese Behälter auffüllen, die beiden. Wenn du da reinstöpseln musst, geh raus... Und er hat nicht viel... Da liegt... Ach, hier ist ganz ganz links? Ich wollte die ganze Zeit zusammen. Ganz ganz links? Oder wo? Ja, ja. In der Zeit konnte er... Das Ding ist, ich... Ich hab auch keine Camps leuchten sehen. Pfff... Ich würde sagen, Moritz, Moritz... Ich sag, Conny, weil Conny mit ihm als letztes alleine war. Ich sag, Moritz... Ich hab auch... Ich hab auch keine Camps leuchten sehen. Was muss, bei der war drin. Ich will aber wirklich sagen. Aber es hat nicht leuchtet. Hä? Es leuchten nicht alle... Weil ich vielleicht... Der in der du drin bist, ne? Sicher? Sicher? Ich glaube. Naja. Es ruckelt bei mir. Ich weiß nicht warum. Aber ich sehe die Camps. Es ruckelt bei mir. Ich versteh das nicht. Ach, Mann. Och, Gott. Es ruckelt so sehr. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, Leute. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wieso ruckelt das hier? Ich versteh's einfach nicht. Ach, nee. Ich muss einmal hier rein. Ach, nein. Lass mich rein. Danke. So. So. Wir gehen mal hinten hin. Machen hier zu. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Sehen wir dann gleich. Ich suche hier eigentlich nach einem Loch. Dass ich hier dann gleich raus kann. Weil die haben gleich ihre Aufgaben fertig. Das wäre natürlich nicht so nice. Oh, es ruckelt hier. Ich versteh's echt nicht. Wieso ruckelt dieses Spiel auf einmal? So doll. Hier ist echt niemand. Okay. Äh, zack, zack, zack. So. Mein Gott, ey. Lass auch mal gucken. Ich will gucken. Da ist Conny. Conny ist da hinten. Also, okay. So, zack. Ist hier unten niemand? Ne, da unten ist niemand. Oh Gott. Es ist nicht gut, Leute. Es sieht nicht gut aus für mich. Es sieht wirklich nicht gut aus. So, wir machen die mal. Oh Gott. Äh, Lexi. Hast du? Lexi, äh, Lexi und Simon, vor eurer Haustür lag einfach jemand. Jemand. Hä? Hä? Ja, jetzt ist es ja gerade. Ich, Simon macht seine Taste hoch. Ich bin mit hinterher gegangen, weil es wirklich so als ob er mir was zeigen wollen würde. Weil er so auf mich gewartet hat. Und dann ploppt Report auf und dann gehe ich so im Kreis, weil ich gucken wollte, ob der auf einmal neben uns liegt. Ob Simon doch aus irgendwie, was ich mir nicht erklären kann, passt das nur. Und dann reportet aber Granger auf einen. Äh, Lukas? Ja, er lag vom Haus. Warst du oben rechts? Oben rechts, ja. Warum? Ja. Dann musst du es mal dazu. Ne, ich bin es wirklich nicht. Er lag vor eurem Haus, Simon oder Lexi? Pass auf, ich kann euch mal kurz die Lage schildern. Ja, das war gut. Jemand und Lexi sind von der ersten Runde safe. Lukas war oben, ich hab kurz, ich bin mit meiner Taste fertig, war auch Admin dran. Lukas war oben. Und der Rest, ja oben rechts, sorry. Und der Rest war linke Seite. Vöbel war bei mir. Ist der nach links gegangen. Und weil Simon und Lexi safe sind und Lukas oben rechts auch nicht getötet haben kann, ist es Moritz. Ich, wie gesagt, Admin und davor Weidels. Und der, äh, Kill ist frisch. Sehr frisch. Lukas, was hast du in dem kleinen Haus gemacht? Wo? Wenn du, wenn du runter gehst, ne, vom Dropship runter. Äh, ich hab da die Kanister aufgefüllt. Dann bin ich erst zum linken, also zu der linken, tankgegangen und dann zum rechten. Ey, ist das was, hey. Lukas kann zeugen, dass ich Admin war, weil sonst wüsste ich nicht wo Lukas ist. Und ich weiß, dass Simon und Lexi erwartet und beide zusammen. Ja. Also mal kurzzeitig. Aber das nächste ist ausgegangen, oder nicht? Kurzzeit. Und dann hat aber, dann kann doch verkehrt passiert sein, oder nicht? Was ist denn, Conny, wenn Simon an diesem Task da war und das Fenster so groß ist, dass er nicht sehen konnte, dass Lexi den da getötet hat? Lexi und Simon sind safe von der ersten Rolle. Ne, ich glaub... Wie war das? Wenn ihr die erste, wenn ihr beide die ganze Zeit zusammen rumgelaufen seid, könnt ihr den ersten nicht getötet haben. Mann, ich sagte vorher doch, Moritz, es ist safe und alle sagen, Föbel ist mir suspekt. Ja, das ist halt einer von euch beiden gewesen. Für mich. Moritz, warst du in den Camps drin, Moritz? Sag mal ehrlichs. Was? Warst du für den in den Camps drin, sag mal ehrlichs? Ich verstehe dich nicht. Was hast du gesagt? Warst du vorhin in den Camps drin? Du meinst, du warst in den Camps drin? Warst du in den Camps drin? Ja, ja, doch, doch, ich war in den Camps drin. Aber ich war in der draußen Camp, da, wo... Aber reicht nicht. Hallo, da auch bei dem auch? Ja, es reicht mal. Die Frage ist, wollen wir jetzt mit zwei Impostern spielen? Immer zu 7. Ja, keine Ahnung. Komm, mir passt schon. Ich würd gern wissen, wie du die Map auf einmal bei mir leckst. Du musst aber die Killcule dann definitiv hochsetzen. Ja. Ja. Ich hab so... 60 Sekunden Kill wieder als die Flachsen? Ja, ihr braucht 3 Killcule. Oh Gott. Digga, wir hatten nur 5 Tasks. Ja, wir hatten schon... 3 Tasks. Also... Warte, ich bin... ich bin für 2 Sekunden auf Karma zu können. Ey... Ich will das Spiel so lange, bis ich einmal im Poster bin. Oh, Tobi, tut mir leid, Leute. Ach man, jetzt müssen wir schon wieder zurückgehen. Hihihihiiii. Ja? Upp. Okay, okay. Oh, da ist jemand tot. Tot, tot, tot. Wer ist denn da tot? Lexi. Schauen wir mal vor dem... Electric. Electric? Also Conny war es nicht. Oh, das war nämlich. Wo genau ist Electric? Äh, weiß ich nicht. Um... Bei den Lichtern, oder? Meins bei den... Lichtern, wo? Jaja. Okay. Kommt Electric-Karten, dann läuft die Lichtern zuordnen. Ja... Sag mal, Lukas, wo warst du? Bin runtergelaufen, zur Communications Halle. Bin hochgelaufen, zur Electric, weil das Licht einfach nicht gemacht wurde. Da lag die doch. Wer war? Ja. Ich bin gerade am Licht dran, also war gefixt. Davor? Davor bin ich Licht reingegangen, einfach bin ich. Ich war unten gerade, da unten am Trash, und bin dann war Licht ausgehend nach oben. Und dann reingegangen. Aber ich war am Licht dran, und auf einmal hat dann Simon reportet. Keine Amolexi genau nicht. Ja, Simon, wo warst du? Ich... Ich bin runtergelaufen mit gleichem... olicbieren, also ich hab... U рекlisii scanntet, und dann wollte ich es besser. Okay. Bölbe, du musst nicht alles wiegesehen haben. Da ist da ein report, was ich fette auf Hip-Up. Die lag direkt vor dir. Hä, ka, der ist da irgendwo durchgerannt aß, vor dir, oder so. Ich war eben nicht drin. Ich war mit Surera, es geht weiter. Ä ei eintae Seite. Und was mit Tobi? Ich will noch wissen, wo Tobi war. Tobi, wo warst du? Ich weiß nicht, ich hab so ein QR-Skurte oder so scannen müssen. Homes ein QR-Skurte, das so sehen müssen. In QR-Skurte? ja sie mann und du es ich wollte es nur nicht sagen sieht man das jetzt wieder auch man sieht es ja schon wieder connie obwohl ich glaube bei sieben ist das in ordnung finde ich wenn wir nur zu 17 dachte ich nehme mich auch so leute wir sind wieder alleine das ist nicht so toll ich weiß ich weiß ich bin übel müde also ich wollte ich würden arbeiten wieso legt die map verstehe es nicht ich kann die nicht aufnehmen ich bin auf jeden fall hier ich bin auf jeden fall hier aber es kommt niemand habt ihr lange gebraucht ihr kleinen schlawiner ich muss hier leider rein sorry leute gehen hier mal gucken da ist niemand einmal hier gucken und dann stellen wir uns einfach hin wo ist denn hier kamera da ist lukas lukas ist nach rechts gelaufen wir gehen hier mal weiter gucken also ich habe ich war in den kameras und habe lukas nach rechts laufen sehen von unten der ist da wo diese hier wo diese konferenz tisch da ist ich bin von communications nach rechts zu atmen gelaufen das heißt es war nicht papa goto wir haben uns den ganz also ich habe nur gesehen wie du da reingelaufen bist also wir haben uns die ganze zeit gesehen bis zu dem zeitpunkt wo du die leiche gefunden hast ja 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 der zauberer kann natürlich auch verschwinden die bus gemacht haben und ist durch den welt gegangen aber und tobi wo warst du ich habe so wasser in so gläser füllen müssen und 45 sekunden warten achso nur so also bei denen musst du nicht die ganz 45 sekunden da stehen also kannst du auch währenddessen was anderes machen ja das war meine letzte also ich sag mal so ich denke nicht dass es lukas ist also entweder hat lukas wirklich ein bigband play gemacht aber ich glaube nicht was ich denke das ist noch gar kein band ich bin mir eigentlich sicher dass es lukas ist ja ja jetzt klärft ihn raus das ist lächerlich jemand kommt drück weg lächerlich oh nice keine beweise zum glück gehabt hätte ich ja vielleicht gehört ich dachte du war uns der save weil mich nicht umgebracht hat die ganze zeit ich dachte du wärst äh impostor ja weil du aber ich hab doch ich hab doch film rausgeworfen wo er halt den anderen den impostor ja aber ja aber ja 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 ja